Wir leben in sehr verrückten Zeiten, wie ihr alle wisst. Seit ziemlich genau einem Jahr wütet nun das Coronavirus weltweit und hat uns allen irgendwie den ganz normalen Alltag geraubt. Wir leben mit vielen kleinen und auch größeren Belastungen und wir haben auch, glaube ich, nicht immer ein gutes Ventil dafür. Daher möchte ich euch heute mit diesem etwas ungewöhnlichen Video eine Möglichkeit geben, mal einfach ein bisschen was loszuwerden. Seit ich letztes Jahr meine Therapie begonnen habe, hat sich vieles in meinem Leben verändert. Und ich konnte gar nicht abschätzen, was es bedeuten würde, eine Therapie anzugehen. Es haben sich viele kleinere und größere Dinge in meinem Leben zum Besseren gewendet. Aber eine Sache, die ich bei der Therapie wirklich zu schätzen gelernt habe, ist, wie wichtig es ist, einfach da jemanden sitzen zu haben, der von außen mal an gewisse Dinge herangeht und sich das anhört und mich einfach auch mal reden und erklären lässt und sich meine Geschichte anhört. Und genau das möchte ich nun jedem von euch bieten. Ich werde diese Woche einfach mal zuhören. Die nächsten fünf Minuten gehören jedem von euch und ich werde einfach hier sitzen und werde zuhören. Und ich denke, wirklich jeder hat irgendetwas auf dem Herzen, was er loswerden möchte, egal wie groß oder klein das ist. Und falls du dich erst noch irgendwie zurückziehen möchtest, falls du dir noch einen Tee oder einen Kaffee oder was zu trinken holen möchtest, pausiere jetzt am besten das Video und mach dann gleich weiter. Und dann nutze einfach bitte diese Chance, dass dir einfach mal jemand komplett wertfrei zuhört und dir einfach die Chance gibt, zu reden. Aber meine Erfahrung sagt mir auch, dass es eigentlich nie verkehrt ist, über das Erste zu reden, was einem so in den Sinn kommt. Daher höre ich jetzt einfach mal fünf Minuten zu. Daher höre ich jetzt einfach mal fünf Minuten zu. Daher höre ich jetzt einfach mal fünf Minuten zu. Daher höre ich jetzt auch. Daher höre ich jetzt einfach mal fünf Minuten zu. Daher höre ich jetzt nicht... Daher höre ich jetzt aber... Daher höre ich jetzt auch mal fünf Minuten zu. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.